Tanjiro's vs. Sasuke's Katana. Wer gewinnt? Sie sind offensichtlich beide extrem stark und scharf, aber in Wirklichkeit hat eines von beiden einen großen Nachteil. Und das hat mit der Krümmung der Klinge zu tun. Tanjiro's Katana ist gekrümmt, Sasuke's Klinge ist gerade. Und die Krümmung der Klinge hilft tatsächlich bei der Ausrichtung der Schneide. Tanjiro's gebogene Klinge kann ich einfach fallen lassen und sie schneidet in den Karton. Aber bei Sasuke's Schwert funktioniert das nicht wirklich. Schau, wie Tanjiro's Katana einen perfekten Schnitt macht, aber Sasuke's Schwert nur ein paar chaotische Spuren hinterlässt. Das zeigt, dass Sasuke's gerades Chukuto schwerer zu handeln ist als Tanjiro's gebogenes Katana. Welches willst du haben?